ja hey bevor das video losgeht schreibt mir doch mal bitte in die comments wie viel ihr noch von diesem raid sehen wollt ich kann mal so viel sagen wir sind mit relativ wenig staff da reingegangen und wollten eigentlich zu dem zeitpunkt das seht ihr nur oder habt ihr leider in der aufnahme nicht gesehen wollten eigentlich da auch noch gar nicht raiden wir wollten nur deren turret boot zerstören und dann standen wir aber schon irgendwie da und keine ahnung dann sind wir so ins raiden reingerutscht heißt wir hatten natürlich viel zu wenig forcefield fleisch und den ganzen scheiß wir hatten halt allgemein irgendwie zu wenig staff deswegen hat sich das ganze extrem hingezogen also das geht jetzt wenn ich in der geschwindigkeit weitermachen die wir bis jetzt haben noch vier folgen und ja dann passiert noch was tatsächlich sehr interessantes aber ja keine ahnung ihr könnt mir meine comments schreiben ob ihr jetzt noch ewig lang diesen raid sehen wollt oder ob er sagt okay ist auch gut hatte einfach bis zum ende hin zeigt uns wie der ganze spaß ausgegangen ist und wir sind zufrieden keine ahnung ballert mir das in die comments dann viel spaß aber trotzdem mit der folge ach ja und sorry für die kack audio qualität ich habe da ein bisschen was verkackt mit shadowplay und so weil das ist immer nicht so einfach da brauchst eine andere herzfrequenz damit shadowplay das erkennt wie ich normalerweise verwende naja ist ja auch wayne also bb ich habe jetzt ne idee noch irgendwie eine geile sniper wir haben noch welche hinten man kann auch reparieren übrigens wir haben hier die rams gesetzt aber damit wir nicht mehr die rams gesetzt aber wenn ich einen mann heller gebe ich so erfolge ich glaube ich habe mir was man sowohl als auch glaube ich versuch mal mit dem kam zu sparen wenn ich einen mann heller gibt es kann ich mit rex zum turm von den rennen ja also die mauer schießt aufsteigen also da ist der tour ja aber also ich will ein krex mit dem dann quasi nicht sterben lassen ich nur damit ich den turden kommen weil wir haben hier so die scheiße ich sie will die jahre und so benutzt nicht jetzt mein ganzes darf rein und geht zum auf fleisch holen keiner benutzen bitte und ins darf das ihr bitte alles drin liegen wenn sie benutzt ich trockte das wird ich gehen wir das neid ich wollte minimal noch stärker sagt wenn du bist du da bist die gleiche für der halb vor also so gut wie voll ich kann wieder treten ja ich bin eben von der größe über den wäschenswert so ich glaube ich mache jetzt einmal die YOLO-Aktion und renne da einfach rein, dann sterbe ich für nix nee, das bringt nix, dann lass dich lieber töten, dann lass dich kein Mies mehr teilen okay, locker kill mich mal locker, ich bin hinter dir du musst mich einfach nur killen ja, wegen der Holz-Duff und so okay, ich kann den Rimbace kurz sehen war das deine Leiche ausgeräumt, wa, umbar? ja, alles ist im Rock da bei mir drin man, der eine hat 167, schade ich seh der Rimbace hier, die gehörte Zeit da kommt eben was raus hat sich irgendwie von euch wer bei denen hochgekommen okay, fuck, ja, ich bin das hier, ich glaube, bleibt sich grad jemand zu mir ich hau ab hier oh, fuck, das war grad fast mein Tod hier ist der, mit hintermessen von Typ, ne? du grabst dich auch katholisch, hab ich gesehen wollen wir nicht da einmal jetzt rein, rennen und dann irgendwie Rockets draufbolzen das bringt doch noch mehr um, Pau und Martin Turtum was ist so weit weg, dass er... was passiert denn, wenn ich mit meinem Rack direkt vor die Mauer stehe, vor der Mauer stehe und einer von euch dann schnell C4 plant ja, also wenn du direkt vor der Mauer stehst, können wir auch das Ding eins wegschießen Matti, hast du irgendwie alle Shadowsteaks gegönnt, oder was ist los bei dir? ich hab zwei im Inf ach so seit Anfang, und die haben noch keins geschlürft geschlürft, Alter wir sind richtig guter Achim ja, Alter, erstmal ein Steak schlürfen da ist ein Rhino, da ist ein Rhino hinter der Mauer hab ich grad gesehen die haben da ganz viele Rhino's, was sie noch geschaffen haben die haben auch viele Baumeister, hast du noch ein schickes Sniper ja, aber nicht für dich also ich hoffe jetzt, dass du irgendwie stirbst ich lass jetzt die Gegner immer so lange da, dass Maumeister stirbt und dann erklär ich so wow Snatrix, wann ist das mit, Alter? ja, ich bin auf dem Weg, ich bin aber nicht sehr schnell, weil der Raxi im Nuller wait up oh, totbar, totbar ja hm hm hä, haben die grad irgendwie keinen Bock mehr, oder was ist los bei denen? ne, die haben alle Raxi ja, können wir mehr bei einem muss ca. 5 Minuten mehr ja, wir können jetzt da eigentlich gerade mal wir können jetzt da eigentlich gerade mal ey, dann lass doch einfach tanken ja, was tanken hallo, dann tank doch ja, warte, ich tank ja, lag lag dann lauf halt nochmal genau dahin, wo ich vorher meinte ja, jetzt warte doch kurz, ich bin fast da ich mach den Turreturm schon weg ich mach den schon weg und das ist doch kein Problem, Loi ich meine, du kannst doch deine Taktik dann hinten für die Mauer verwenden das lohnt sich dann wenigstens die müssen die Mauer halt auch halt leer tanken, ne Mauer ist halt auch noch was für Taktik willst du nochmal machen, den Loi ich nehm jetzt einfach den Loi den ich hier hab, den zum Turreturm und ja und schmeiß den dann noch also ich würde diese Taktik weiterführen, die ich hier gerade mache welchen Loi hast du denn? einmal leer tanken einfach hing da ein der stand unten und unten stehen nur Loi ok, gut, dann ist okay unten haben welche 40k ich hab die mal gelevelt unten ja, ich hab einen mit 50k alters, Rocketratür bezahlt also ich glaub jetzt gerade so ich komm jetzt auch jeden Moment mit 600 Metal nochmal ich weiß auch warum der da unten stand komm der Typ macht 200 Damage Alter, der Damage ist dann erstmal aus hier jawohl das gönnt sich warte mal der ist grad so hart mit ihm kommt man nicht auf dir im Face 1 Meter rückwärts, Pharao ja, das ist genau die falsche Seite vom Turm na egal, schieß einfach drauf in dem Plan zockt jemand da red ich nicht hey Pharao, hast du irgendwie sau viel Leben oder was geht bei dir? oder so warte mal Pharao, was dauern, oder? ja, ich hab den weg 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 hast du den gut aber der wegs überlebt das, denk ich mal ja, der hat 80k Leben und hat vielleicht 5k verloren ok ich versuche mal seine Leiche da wegzuholen lass mal wenn du tankst die, die, die Plans wegzubeißen da kam einer runtersprung vor die Mauer ja, der will ihn looten ich hatte eh nichts dabei ah, äh, Damage stand an der, an der, an der Raid Base hab die fast gekillt, Mann wie? 18.000 Schaden an der Raid Base ja, Hüllendamage ach, die haben wieder die Raid Base gesprengt, GG ne ne, oder? doch doch Raid Base nein, Raid Base steht noch, stehen noch ein paar Turrets ja gut, Turrets stehen noch ja gut, Turrets stehen noch Sticken hat sich in die Luft gejagt selbst, selbst noch eine Aktion oh wow wir haben noch 2 Turrets hier und der Fabi ist tot, oder? ja, Fabi ist tot wir haben mal was anderes, ich glaube ich krieg den Turm auch mal ich probier mal was aus haben wir da noch einen haben wir da noch einen können wir auch mal kurz Rockstar stehen lassen, wo sie ist Metal ist jetzt in der Smitty ähm, der Wrecks vorne, warum bekommt der Schaden? Wrecks wird über Raketen hier, hab ich grad gesehen 762 äh, 72 hier sind Raketen Metal ist in der Smitty äh, mal ne kleine Frage an euch Leute ähm äh, Leute, wo sind denn die Typen? Turrets monierst in Mattis Rex äh, nicht wundern, ich werd gleich mal kurz sterben ok, nice Turrets Turm müsste da sein ALTER obwohl, ne, scheiße, er ist nicht da oben ähm also unten sind auf jeden Fall Turrets weg ja, jetzt können wir ihn wegsprengen ja, nicht ganz also unten hast du auch fast alles zerstört oben stehen dann noch die Turrets das macht gar keinen Unterschied das macht keinen Unterschied der Rex von Ghost hat grad Schaden bekommen ich hab immer noch jeden Tag ja, kommt dann vor du hast sau viel zerstört eigentlich ich denk mir so ne, es soll 44 damaged sein ok, nett ja, dann hat er mit der Sniper da rauf geballert Matti, im Eingang, im Eingang, Matti wer hat dann auch die Damage dann auf dem Stein bekommen? ja, ich da oben steht einer irgendwo ich seh ihn aber nicht leider ich reparier mal kurz die Rüstung hättest du mit dem Rocket Launch mit dem vielleicht helfen können? äh, ja, ich hatte einen halb kaputten Rocket Launcher glaub ich noch im Inf und hat eine Rakete eingeladen warte, am Anfang der Ramping kann ich einfach ohne, äh, ohne Gefahr rum ey, ihr wollt nur in dem Platz drin, ey, es nervt mich übel so, Matti, eine mit blauer Rüstung mit blauem Helm äh, hat sie immer noch einen guten Racksattel? äh, ich glaube in irgendeinem unserer Racks liegt übel viel Zeug, unter anderem auch Racksattel kommt eh noch aus warum join Penny immer wieder neu in den Support? ja, ich denk's mir auch gerade wenigstens stehen unsere Betten noch ich pack die Sachen vom Farricader in Mauermeister ich komm gleich mit verdammt viel rum in der Mitte überm Tor sehr gut, wer snipet denn grad? sehr gut äh, hat wer den Fab... hat wer den Fab... hat wer das Loot aus dem Fabian saved? nein... hab ich doch gerade gesagt, ja ich saved das gerade in Mauermeisters Racks gut mit Raketenwerfer einjahng äh, irgendjemand hatte doch... ich glaub da ist... der hat sich doch einer gegrappt von oben, oder? kann sein, dass der das macht? äh, Leute pfeift doch den Racksack bring nach Hause also wie gesagt, wenn mir jemand eine neue Sniper geben könnte, wärs richtig geil ich hab von einem... ich hab von einem... leisen tot gerade unterwegs ein bisschen Fleisch zu holen zum Fluss füllen Leute, wer hatte... man! ich meine nicht Smithy äh... also Leute, irgendwie habt ihr doch meine Leiche gesaved vor so... äh... ja, ja, warte wer wollte gerade noch eine Sniper? ich hab keine... darf ich... äh... ein C4 Remote und mein C4... ja, das ist bei Mauermeister im Racks ok ok da schießt die mal von oben, save der Torchi, der gerade geredet hat ich hab ne Sniper am Wachen ich hab ne Sniper am Wachen ja, da hängt einer auf ja wo? ja, da oben da oben ich seh's meine Sniper's kaputt hab ihn gesehen, hab ihn nicht mal getroffen meine Sniper's, aber... out of ammo ich bin kurz in mein Ammo, dann... kann ich hier... haben wir keine Munition mehr? lol aber wir haben... theoretisch... ach nee, Fabricator steht noch nicht, ne? wo ist die Munition? wir haben keinen neuen Fabricator wir haben keinen neuen Fabricator wir haben keinen neuen Fabricator wieso holt den denn keiner? ja, weil ich schon... fast da war, als gekauft wurde die AUD ist kaputt ähm... unsere Turtles haben wir bollert ja, sie stoßen den Lichter ja, sie stoßen den Lichter schicken 12 Raketen nice der Typ ist einfach immer so weiter... äh... hängt direkt über dem ok, ich hab ne... ist keine Tose gelootet wow, 19 Damage mit nem Rex ey, der ist an mir dran der ist an mir dran der ist an mir dran ne, der andere ne, der andere oh nice lol der wächst raus wächst raus ne, lass den tanken das ist ein Kack, Boon lass den tanken ich hab grad nur von Plans angeschossen der ist ja dann lass es doch lass die Plans drauf ballern nein Pfeif den Drex auf Attack My Target auf die Plans ja, das ist gut, ja Pfeif den Drex auf Attack My Target auf die Plans Pfeif den Drex auf Attack My Target auf die Plans links oder bei der Mauer? links, links, links links, links, links hab ich hab ich hab ich ok und wenn der fertige ist, pfeift ihn zurück äh, die restlichen Rexe rennt doch jetzt auf die Plans hat ihn grad im Ernst jemand auf Passiv gemacht, alter ok, doch nicht Leute, wenn der fertige ist, pfeift ihn zurück n paar Sachen pass auf, dass kein einziger andere Rex da jetzt auch noch reinläuft ok, der macht alles kaputt da hinten bei den Plans ok dann schickt ihn noch auf die Plans bei der Haupt Fahrrad hat nen Disconnect, glaub ich, oder? oh, Shady, ja, ich hab nen Standbild Ghost wo warst du? wo warst du? ich bin direkt hinter Ghost gewesen Ghost, du hast doch nen überragenden Autoklicker, oder? ok, ich weiß, wo du bist äh, beobachte dich hier kurz mal ein bisschen ähm, hast du jetzt Bock, ähm, mal ein bisschen Fleisch mit Rexe zu tun und dann dort die restlichen Turretsler zu tanken äh, könnt ihr den Rexe wieder zurückpfeifen? maybe und meine Laisch liegt jetzt genau vom Turret rum ne, ist so gut, der Rexe beißt alles kaputt da, echt jetzt ok, dann lass den mal was welche Sendung war das damals, wo immer so gesagt worden ist? echt ja, was so, ich pfeif den Rexe jetzt mal kurz auf andere Plans wieder ja, auf welchen kann ich die Sendung das ist jetzt unnötig, guck mal, redet mir jetzt nicht über irgendwelche Sendung mach den nicht auf neutral, Alter, denn Spieler hätten die noch an, dann ist er ja, nur auf Attack My Target ok, ich bin vorne an seiner Fresse dran oben auf der Mauer oh, lol, der schmeckt mich übel oh, Gott, äh, dumm dem von hier, was zu pfeifen ist weniger ein Talent äh, kann wer den Rexe zurückpfeifen, damit ich an mein Gear komm? ey, Matti, jetzt pfeif den Rex doch mal hier wow, wow der Rexe kassiert nur von Plans, oder? ey, nein, der kassiert auch von Turrets, oder? nein, der kassiert nur von Plans ey, dann sind die Turrets leer, oder? ne, warte mal ey, Leute, wartet mal grade dann, äh, machen wir einfach C4-Dinos, Leute hä, easy wir haben doch ne Katze hier wir haben auch ganz viel C4-Dinos hä, ne, aber die Katze ist zu schade ey, doch wir spawnen grad zu Hause und nehmen irgendeinen Lüffi mit ich will kurz den Rexe zurückpfeifen auf der Mauer oben kann das nicht machen? den Mauer oben kann mir kurz kann mir kurz werden kann mir kurz werden den Rexe zurückpfeifen ich glaube, der weckste in der Mauer Jo, Alter, ich nehm Torsten Leute, weckste zurückpfeifen, schnell ich mach und dann sind die Torsten der weckste, glaub ich, hinter der Mauer, wenn ich ehrlich bin, oder? aber wenn wir dem, äh, wenn wir dem das C4 ans Arschloch pumpen, dann schießt noch die Turrets auf C4, oder? aber, wenn das sind okay, ich hab einen Haufen Stuff von Ghost und, äh, Matty gerettet ich hab den Typen grad zu übertat gekillt ja, das hätte man auch davor, ne, immer ganz irgendwie wieder looten können ja, egal, ich mein, es sind Tank, Matty, gut ist ja jetzt die Frage, wer zuerst spawnen ist ey, der Rex lebt immer noch, und der kassiert grad 600 Schaden, die ganze Zeit kann wir den Rex jetzt zurückpfeifen geht nicht, der will nicht auf Passiv pfeifen und auf Follow nein, es geht nicht, weil wir zu weit weg sind, und Matty hat den offenen Tragen ich mein, hat nen Spyglass, Junge es geht trotzdem nicht, Mann ich kann nicht, gleich wenig zurückpfeifen kann ichs über er save tot, egal was du machst ich save tot, egal was du machst ja, paar Sekunden auch dann ist er tot unterwegs aber ist nicht schlimm ist es denn so schwer dass es ging nicht, der war in die Plans, wenn er zurückgelaufen wäre, wäre eh tot gewesen und wenn du hier grad stehst, machst du einfach selber ja, jetzt ist er ja tot ja, wir haben noch mehr tot, 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 tot vor der Mauer irgendwas warte, ich schreibe sie hin auf er wird grad die ganze Zeit angerufen äh, du hast die Fernröhre vergessen wir sagten heutzutage noch Fernröhre ich man kann ich dann meine Leiche save ok, ich bin wieder da ja, da schicken wir den Thorsten drauf, weil er mit Thorsten die Mauer knackt, dann läuft Thorsten ist doch der Parasaurus, ne? ich hab den immer schon mal auf Speed gelevelt ich hab hier nochmal ein Ghost-like Leiche gesaved Lootet das war eine Auße mit Not also einer ist hinter der Turret Mauer, glaub ich ok, ich weiß, dass du meinst meine Leiche, ich hab meine Leiche der kommt vor, der kommt vor alter, das war richtig die gehört mir, du Arsch nimmst du so viel Metal, wie du sagst Leute, helf mir, da kommt dein Typ auf mich zu, genau äh, ja, ich glaub nur der Parasaurus kann dir so viel tragen ja, egal, ok die scheiß Leiche, der Typ, komm zu dir, alter ich geh schon wieder los ich hab Fabricator und Metal dabei und Turret meine Leiche außer, der will so looten, du ziehst die Leiche weg obwohl, der Parasaurus hat 900 Weight dann nimm 500 Metal mit hast du die Leiche etwa weggezogen? ja vor dem seine Schnauze, der wollte die grad looten nicht mit mir, freundlich oben wieder oh oh man soll ich Mattys Tank wegziehen? äh, Mattys Tank hat extrem viel Zeug in der Plant wieder einer in der Plant wieder einer ich hab mich zählen mal weg oh, oh ich hab grad übel die Lücke warte mal das krieg ich nicht so ganz krass äh, Plants weg ja ja Alter Leute, da geht wieder einer beim Tower irgendwo was hast du gesprengt? was hast du gesprengt? ich bin jetzt von oben runter wer ist das? ich gut so wo bist du, Mattys Tank äh, bei mir ist ein Typ dran wo bist du hier? oh, ich hab ne wartet mal wenn ich den kill, hab ich doch neues equipt, ne? wo ist hier? bei Nogger bei dir komm ran und wo ist Nogger? ich brudere den, ok wo ist Nogger? ah da na da wo da wo Matty ist hä? ist doch klar ach Leute, kriegt ihr den nicht gekillt Junge, hat den Move in Speed ich hab den aber jetzt schon tot, oder? nee haben wir nicht ne ok wo lag der denn? amin ok, ich bin wahrscheinlich gleich auch tot ich hab hier so eine Leiche gesaved warte, wer mich boten? äh, ziehen in die Turrets ähm, Matty, du kannst gleich tanken gehen ich hab hier von irgendwem ne Leiche gesaved ja, von Matty aber ich hab die gleich gelootet hinter dir, hinter dir im Wasser höh, nicht schon wieder Teko da ist der Dude Haro hinter dir der rennt hier an mir vorbei der rennt Richtung Base er ist im Wasser drin er ist im Wasser drin wo? er ist im Wasser? wo ist und wo ist jemand im Wasser? er ist grad hier im Wasser rein Maumeister bei dir? ne, ne irgendeine Faro bei euch so ja bei mir war er bei mir Leute, jetzt ist Ruhe im Karton jetzt kommt der Battle Parasaurus was warte mit dem machen? 2-4 ok, ich steh den Typ im Wasser glaub auf und ne jetzt bist du hier ist nichts im Wasser der ist auf jeden Fall reingesprungen ich stell die Turrets wieder auf ich stell die Turrets auf ich schmeiß dir all das Zeug in Rocks auf in Rob's von Ghost bei den Legs kannst du einfach gar nicht, Bruder, ne? da kommt ein Typ vor warum hast du sieben Grappling Hoops dabei? da kommt ein Typ vor na, scheiße ich hab grade mit nem heftigem Battle Parasaurus ein bisschen Volldamage gekriegt das war weniger geil hey, wo ist denn? wo ist denn der da rauskommt? bei der Mauer, bei der Mauer irgendwo oh, äh hinten, wo ist denn? äh, bei dem Tower was? hinten, im Rift bei dem Bete das h h h h t h h h h h It's alright, it's alright I'm just going with the gut Never had a doubt Felt like this is just a must Put me in perspective I'm the deepest in the cut Everybody tune it in But this is just for us now